moin leute was geht hier ist wieder der geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr euch in fortnite teleportieren könnt jeder kennt es doch ihr seid hier unten am fluss ihr müsst hochmoven da sind gegner die feiten euch ihr könnt nicht hoch und da gibt es jetzt einen ganz einfachen trick leute ihr müsst einfach hier unter diese zipline mache ich mal einfach nach oben schauen leute und dann steht da sehr gut zu verwenden sobald ihr dann interagiert in meinem fall y seht ihr ihr seid oben und das klappt in jedem modus leute das geht in arena das geht in solo normalen publix gucken keile was auch immer einfach hoch gucken leute hoch schauen ganz hoch schauen leute ganz nach oben gucken nicht so halbwegs oder sonst was ganz hoch schauen einfach interagieren und schon seid hier oben ich hoffe euch hat das video gefallen leute falls ja lasst doch ein like da ein abo wäre nicht schlecht und schreibt in die kommentare leute was wollt ihr auf meinen kanal sehen was für videos soll ich hochladen und gibt mir einfach ein feedback ansonsten bis zum nächsten mal leute ciao